Wie ist die Subtraktion rationaler Zahlen? Man, habe ich kapiert, oder? Das müsste ich doch nochmal mir durch den Kopf gehen lassen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Soweit einige solche Beispiele. Wenn ich dich kenne, bist du bei den ersten zwei vielleicht schon durch. Wir gehen mal gemeinsam diese Aufgaben durch. Es handelt sich durchgehend um Subtraktionsaufgaben. Die erste wollen wir lösen. Ich erinnere noch einmal. Zur ersten Zahl die entgegengesetzte Zahl addieren. Und damit führen wir das Ganze auf die Addition zurück. Die erste Zahl einfach hinschreiben. Und jetzt kommt eine Addition. Jetzt kann ich immer schon dieses Pluszeichen schreiben und bilde die entgegengesetzte Zahl. Das ist minus zwölf. Fertig. Damit habe ich den wichtigsten Teilschritt der Subtraktion rationaler Zahlen vollzogen. Und das andere kennst du hier bereits. Das ist die Addition von rationalen Zahlen. Entweder mit gleichen Vorzeichen wie in diesem Fall. Oder eben mit verschiedenen. Hier mit gleichen. Ich brauche also nur die Summe der absoluten Beträge bilden. Absoluter Betrag von minus fünf ist fünf. Von minus zwölf ist der absolute Betrag zwölf. Fünf plus zwölf ist siebzehn. Gemeinsames Vorzeichen ist minus. Also minus siebzehn. Minus fünf minus in Klammern plus zwölf ergibt also minus siebzehn. Zur zweiten Aufgabe. Die erste Zahl wieder hinschreiben. Wir wissen, dass wir die entgegengesetzte Zahl addieren sollen. Also plus die entgegengesetzte Zahl bilden. Das wären also plus vierzehn. Hier kann ich mir eigentlich alle weiteren Erklärungen sparen. Du siehst sofort, dass es dreißig ist. Und weil du absoluten Betrag sechzehn plus absoluten Betrag vierzehn addiert hast. Und das gemeinsame Vorzeichen ist positiv. Das Einzelne kann man einfach die Klammer weglassen. Sechzehn plus vierzehn ergibt also dreißig. Das erwartet man nicht, dass plus sechzehn minus in Klammern minus vierzehn tatsächlich dreißig ergibt. Das erwartet man nicht so auf den ersten Blick. Aber es freut mich, wenn du diese Regel verstanden hast und zum gleichen Ergebnis gekommen bist. So, und die nächsten vier Aufgaben, die machen wir dann alle beide jetzt gemeinsam. Du könntest mir ja theoretisch das schon diktieren. Und ich denke mal, ich verstehe jetzt deine Zurufe und schreibe einfach. Habe ich richtig verstanden? Erste Zahl hinschreiben. Ich addiere zur ersten, addiere die entgegengesetzte Zahl, 20 bis 25, sind ja beide Beträge zu addieren, ergibt 45. Und das Ergebnis erhält das gemeinsame Vorzeichen. Also Lösung ist minus 45. So, jetzt bin ich also wieder dran. Eben hast du zugerufen, jetzt rufe ich. Die erste Zahl, minus 21, die notieren wir. Und hier sollen wir die entgegengesetzte Zahl addieren, also wird das der minus 1 plus. Und die entgegengesetzte Zahl von minus 12 ist 12. Ich erhalte eine Addition von rationalen Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen. Ich bilde die absoluten Beträge. Absoluter Betrag ist 21, absoluter Betrag ist 12. Vom größeren absoluten Betrag subtriere ich den kleineren. Wird also kopfreiche Aufgabe sein, 21 minus 12. Das ergibt 9. Und diese 9 erhält das Vorzeichen des größten absoluten Betrages. Und der größere ist nun mal dieser. Also haben wir als Lösung minus 9. Minus 21 minus in Klammer minus 12 ergibt also minus 9. Hier schon wieder etwas verdächtig, wie wir es vorhin schon hatten. Auch hier gehen wir trotzdem mal ganz stur vor. Minus 18. Schreiben wir wieder hin. Wir addieren die entgegengesetzte Zahl. Die entgegengesetzte Zahl ist plus 18. Du hast recht, wie vorhin mit diesem Beispiel, minus 8 und plus 8. Ich bilde die absoluten Beträge. Und subtriere vom größeren in den kleineren Ergebnis. Und das Ergebnis. Die erste Zahl notieren, minus 9 plus in Klammer minus 5. Addition von rationalen Zahlen mit gleichem Vorzeichen. Absolute Beträge addieren. Wären also 14. Gemeinsames Vorzeichen geben. Also minus 14 als Lösung. Wenn du bis jetzt keine Probleme hast, hast du die Addition und Subtraktion von rationalen Zahlen sicher drauf. Alles andere, was jetzt schwierig werden könnte oder mal zu kleinen Fehlern führen könnte, wäre jetzt das Zahlenmaterial selbst. Wir haben hier jetzt bewusst sehr einfache Werte gewählt. Wir haben also auf Dezimalbrüche verzichtet, auf Gemeinebrüche verzichtet, haben auf irgendwelche Verknüpfungen von Rechenoperationen verzichtet und haben auch auf eine größere Anzahl als zwei Summanden verzichtet. Also man hätte auch bei der Addition zum Beispiel 3, 4, 5, 6, 7 Summanden verwenden können. Und wir können natürlich jetzt auch die Additionen und Subtraktionen in Aufgaben miteinander verknüpfen, indem man zum Beispiel außer diesen runden Klammern noch eckige Klammern, geschweifte Klammern verwenden und dann so eine gewisse Rangfolge im Ablauf der Rechenoperation festzulegen. Aber das soll mal geschehen, wenn wir die vier Grundrechenarten hinter uns haben, wenn wir sagen, so als Krönung des Ganzen. Jetzt erst einmal simple, einfache Aufgaben auf die Regel konzentrieren, gucken, was hatte ich denn bisher eigentlich nicht verstanden, war das so schwer? Nein, ich habe es endlich kapiert, ich kann es. Und dann kann ich mich auch auf kompliziertere Zusammenhänge konzentrieren.